Und wir müssen davon ausgehen, was vielleicht auch so ein bisschen verkehrt gedacht wird, wir sind keine Körnerfresser. Das heißt, wir haben nicht wie die Vögel eine Bursa, die das auflösen kann. Wenn wir Körner essen, das habe ich immer, wenn ich früher Vollkornbrot denke, die Leute haben immer Körner, dann setzen sich im Dünndarm, du hast ja im Dünndarm so Zotten und die setzen sich dazwischen und verpilzen. Dann verpilzt du den Darm. Die keimen ja weiter. Es ist ja beim Korn so, du kannst ja Korn hunderte Jahre liegen lassen. Sobald ein Tropfen Wasser machst, fängt das an zu keimen. Und das passiert hier wieder auch. Das ist genau verkehrt, was wir essen. Wenn, dann muss geschrotetes Korn sein. Oder gekeimtes Korn, oder? Wenn ich es davor keimen lasse? Ja, ich würde immer grundsätzlich sagen, wenn geschrot, gemalt ist das Ideale.